Ach, hattet ihr noch gar nicht? Kendra? Ihr seid doch erst seit ein paar Tagen, ne? Ja, wir sind erst seit ein paar Tagen Couple. Aber er ist halt nicht so körperlich und so. Und ich bin halt das Gegenteil. Ich brauch so was, ey. Ich merke, sie will irgendwie. Und ich, Digga, ich kann einfach nicht. Meinst du, so was kann denn noch kommen? Ich trennte jetzt, denke ich nicht. Ich muss das doch fühlen und so. Ich muss doch wissen, was weiß ich mein. Ja, ich habe mich aufs Bett gelegt, so in die Mitte, so mehr auf seine Seite. Und dann anstatt mich irgendwie zu kuscheln oder sowas, hat er mir halt gesagt, ja, warum liegst du in der Mitte? Rutsch mal so. Für mich ist eher ein Upturn, sorry. Eher? Wenn der Mann kein Mann ist. Wenn du gar nicht dieses Verlangen hast, Anna. Ja. Dann ist das ja auch so ein Zeichen, dass irgendwie was doch nicht passt. Mhm. Boah, das fand ich schon. Aber du nix mit Lisa zu sagen? Gar nichts, nein, null. Das würde ich eigentlich so klarstellen, dass das jetzt mit Lisa gar nichts zu tun hat. Wenn ich es halt nicht fühle, dann fühle ich es halt nicht. Das kannst du mir auch ins Gesicht sagen. Legendär! Alter, wäre mir das jetzt peinlich. Ja, das momentan ist halt irgendwie, ich fühle halt von mir aus nicht, dass ich irgendwie körperlich, weißt du, dass ich halt auch, weil ich merke ja, dass du auch, ich glaube schon, dass du auch erwartet hättest, dass ich dich mal küsse oder so. Mhm. Also, es ist nicht deine Schuld. Oder es ist einfach nur so mein Problem gerade momentan. Mhm. Und ich bin halt irgendwie so blockiert, fühle mich dann irgendwie in die Ecke gedrängt. Mhm. Und kann es dann einfach nicht so, weißt du? Ja. Ist es so generell so mit Mädchen, dass es so ist oder ist es jetzt nur mit mir so? Ja, was heißt generell? Es ist einfach, dass du halt ... Momentan, ich weiß nicht, ob es auch die Umstände sind. Ich habe keine Ahnung. Mhm. Aber ja, momentan fühle ich es halt einfach nicht so an. Wenn ein Tipp nicht zu Mädchen hingeht und ihr Liebe zeigt und sich wie ein richtiger Mann verhält und so ein Gentleman mäßig. Ich merke das doch auch, dass du nicht so drauf bist und dann nicht halt mit mir. Weißt du? Ich meine, ich merke das doch und dann ... Natürlich. Weiß ich doch. Aber was soll ich denn machen? Keiner kann halt so in mich reingucken, so weißt du was ich meine. Ja, hast recht. Für mich ist es halt so, ja liegt das dann halt an mir, weißt du was ich meine? Nein. Nein. Habe ich ja irgendwie ... Nein, das ist einfach ... mit mir. Keine Ahnung. Ich fühle mich halt ein bisschen ungewollt. So, was ist los? So, ich versteh nicht. Das ist meine Schuld. Werde ich vielleicht mehr geben? Bei solchen Situationen, ich probiere halt immer da mich irgendwie so hoch zu pushen. Sonst steige ich mich halt selber rein und ... Ich will es halt nicht negativ betrachten jetzt. So ist es blöd, wie es gelaufen ist, aber ... Ich probiere halt trotzdem stark zu bleiben, weißt du. Das gefühlvolle von Dominik. Nur bei uns, nur bei Island. Daumen hoch, aktiviert die Glocke, abonniert unseren Kanal und verpasst kein Video mehr. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.